Hallo, wir sind die Flux-Crew, Thomas, Arlen und Pia und wir arbeiten momentan an unserem neuen Bühnenprojekt Rapunzel. Wir erzählen dabei die Geschichte der Brüder Grimm, Rapunzel, welcher jeder kennt, tänzerisch nach. Und wir stellen es in den Tanzstilen Modern, Breakdance, House und Tango dar. Ja, und letztes Jahr konnten wir schon unser erstes Bühnenprojekt machen, das hieß Grundemotionen und Kunden damit durch die Schweiz zogen. Und wir hoffen, dass wir dieses Jahr gleich viel Erfolg haben werden. Unsere Premiere teilen wir am 7. Oktober und am 8. und 9. sind weitere Erfahrungen. Und für das fehlen uns noch 3.000 Franken und deswegen wäre es mega cool, wenn du uns unterstützen könntest. Vielen Dank.